Es wird scheiße aussehen, ich freut euch drauf. Okay, es ist künstlerisch, okay? Nein, darfst du nicht. Doch, es ist künstlerisch. Kunst ist verboten. Ja, Marco hat gesprochen. Marco hat gesprochen. Ich habe ihn gar nicht gehört. Das ist nicht gut. Marco will keine Freiheit. Achso, Marco, so läuft der Ase. Er will Diktatur. Oh Mann, ich wollte das ganz anders da machen. Egal. Warum klingelt das schon? Warum klingelt das schon? Hör auf zu stressen, ich muss fertig werden. Warte, ich muss kurz Laura leiser machen. So, die macht voll Stress. Marco denkt sich, hä, wer ist Laura? Ich höre die gar nicht. Schon komplett auf stumm geschaltet. Ja, Mann. Niemals, das würde Marco niemals. Er kann dir nicht antworten, er hört dich. Ich habe sie doch schon wegen der schönen Gesang gelobt. Ja, deswegen kann er das jetzt gar nicht so sagen. Marco, sie hat das nicht gehört, dass du das gesagt hast. Ich kann dir auch nicht die ganze Zeit übersetzen, was sie hört und was nicht. Was? AAAAAAAA! Marco, sie hat gerade seltsam rumgebrüllt, wie immer. Reagier mal drauf. Aber da geht sie gut. Ja, doch. Sehr gut. Das funktioniert doch gut, Marco. Sie glaubt's. Boah, ich kann nicht ausdrücken. Marco, irre. Nein, ich kann nicht... Oh, das ist so gut. Oha, warte, warte. Sie hat alle so gute Sachen und was. Doch, 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 warte, warte, warte. Oh, Manu. Warte, warte, ich muss nur das... Oh, Manu. Oh, man, das ist so gut gemalt. Ja, das war... Mäh, deine. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist total hübsch. Doch, Mann. Ich hab voll dich scheiße gemalt. Ich hab keine Ahnung. Nein, es sind nur zwei Zacken, die fehlen. Nee, 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 es ist was ganz anderes. Was? Von dem ist das dann? Du bist zwei Zacken, die fehlen. Nein. Was? Glaubst du nicht, was Gutes ist von mir? Das ist schon offiziell von Laura, ohne Witz. Was? Ja. Was? Gut reagiert, Marco. Was? Was sollst du nicht lernen von ihm? Marco, Laura hat gesagt, das sollst du nicht von mir lernen. Wow. Marco, Laura hat grad wieder gebellt. Ich hab gar nicht gebellt. War das ein Angstbellen oder eher ein erotisches Bellen? Nee, die kennt nicht. Die kennt weder noch. Die kennt nur Rumbrillen. Warum glaubst du ihm das? Woher soll Kai bitte wissen, was von mir erotisches Bellen sind? Oh Mann, die lau... Laura... Wie soll ich denn das... Mit deinem Grafiktablet, Laura? Nein, aber das geht trotzdem nicht so rin. Nein... Ich liante einfach wie ich jetzt von mir Finally. Ja, wie immer, Laura. Mach mal einfach. Echte? Tu nicht so, als ob das alles so travatisch wäre und du hast bestimmt schon seit eine Stunde erledigt. Oh mein Gott, es ist so schwer! Und am Ende, oh sei das geil aus, Laura, du bist so krass! Und dann wieder das Auge, das eine Auge, was ich gemacht habe. Oh, Laura, wow, Laura! Ultratoxic. Oh, Laura, ich wein. Mano, ich kann nicht... Weiß ihn, weiß ihn einfach. Wie ist das? Was ist das? Ähm, das ist... Ich hab gar keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wie ich den malen soll, dass ihr das versteht. Ah, warte! Oh, jetzt auf einmal, guck, ihr habt noch Hälfte der Zeit. Leute, passt auf, wie schnell ich das hinkriege. Hälfte der Zeit, easy snack! Weiß genau was. Ja, und dann so, oh, Laura, das sieht hier so gut aus. Oh, Laura, du bist die Beste! So blöd. Jetzt nimmt sich die ganze Energie aus unseren Komplimenten. Ja. Ja. Dann müssen wir mal das Gegenteil... Aber, Laura, du kannst scheiße sein. Ist ja gelogen, aber... Oh, meine Hand tut mir... Oh, Laura, aber trotzdem, man, du bist so toll, Laura. Man! Ist auch okay! Nein, Laura, es ist mehr als okay. Es ist einfach traumhaft, wie du warst. Du bist voll doof. Mann, du brauchst dieses Grafik-Tablet gar nicht, so krass bist du. Nein, ich weiß das nicht gar nicht. Ist okay! Du malst so krass. Oh, shit! Jetzt wieder dieses Shit und dann sind wir trotzdem später so beeindruckt, Laura. Oh, mein Gott, wie hast du das noch hingekriegt, obwohl du so geflügt hast? Boxy zusammenkommst. Er kommt Zeit! Oh, Laura, du hast doch gerade gesagt, dass du vor fünf Sekunden noch mal von vorne angefangen hast. Hier, Picasso zumal! Haha! Ja, jetzt kommt die Energie wieder. Ja, ja, ich bin die Geister! Boah! 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 Ach, Laura, wenn du das nicht hättest, ey. Wo würdest du sonst so glücklich werden? Ach, Mann! Ich weiß nicht! Ja, das glaub ich dir. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Joam, die Zeit! Die Zeit! Die Zeit! Die Zeit ist da. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Junge, ey. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man diese Dinger malt. Nein! Das ist überhaupt nicht, wie man malt. Ja, die Tone. Ah, shit! Ja, ich hab... Ach, das ist auch noch! Fuck! Scheiße! Ich hab das komplett ignoriert. Hi! Du hast ja auch noch. Die Linke Farbe ist wieder weg. Ah! Das ist... Also... Weiß ich nicht. Ah! Woher kenn ich das? Woher kenn ich das? Scheiße! Junge! Oh, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht. Ich sag euch eins, Laura kann lesen. Und das hat meins. Ja, aber woher kenn ich das, Marco? Das ist ein Spiel. Ja, aber... Woher ist das? Woher ist das? Was ist das? Wie... Ah, es ist... Ah, es kommt mir so bekannt vor. Ist das sehr bekannt? Ja. Ah! Ich weiß nicht, was das sein soll! Oh, ich bin voll lost, ey. Beschreib es! Okay. Okay. Bestimmt von Laura. Nein. Kann gar nicht sein. Die hatte gar keine Zeit. Die hat die ganze Zeit geflogen. Ich hatte wirklich keine Zeit. Ja. Also, nee. Dann muss es Damon gewesen sein. Weil Laura, das konnte... Das kann nicht sein, Marco. Ich weiß, glaub ich... Oh nein, ich weiß es. Ich hab jetzt keine Zeit mehr, es zu schreiben. Oh, oh! Könnte es doch sein, dass ich richtig lag? Oh, verdammt! Siehst du, wenn das Licht angeht... ... ... ... ... ... ... ... Wer kennt man das? Ja, Laura, bei dir alles. Also es ist ein Kunstwerk, sage ich dazu. Das Schlimme ist, ich freue mich eigentlich, wenn der Kai das sagt, aber dann kommt es mir wieder in den Sinn, dass das alles, was er jetzt sagt, ernsthaft meint. Das ist echt Bastard. Das ist immer so traurig. Ach egal, jetzt. Nein, ich will noch ein bisschen was malen, bis die Zeit vorbei ist. Ich will noch was malen, bis die Zeit vorbei ist. Ich will noch was malen. Scheiße. Kannst auch noch nicht mal, ist nicht schlimm. Ich mache es schlechter, ist nicht schlimm. Schlecht, 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 schlecht. Ja, ist okay. Da. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, Laura hat so einen inneren Dämon? Ja. Lebt du mal einen Tag wie ich. Da ist jemand mit mir ein bisschen verbunden. Ähm. Ich möchte auch mit jemandem verbunden sein. Im Gedanken, bitte. Im Gedanken. Marco? Im Gedanken. Ja. Ja. Der ist schon in seiner Vorstellung gefangen gewesen. Genau. Oh, ich muss unbedingt... Du hast doch, Kai, du hast doch Highlights wieder gepostet, gell? Nee. Hast du keine Highlights gepostet? Was für Highlights? Du machst doch immer Highlights. Echt? Von den Kalenderwochen. Oh. Welche Kalenderwochen haben wir nicht? Ich glaube, letzten zwei... Welche haben wir jetzt? Äh... Nee, erzähl ruhig weiter. Du hast die letzten zwei, drei nicht geguckt? Ja. Okay. Okay. Ich hab's auf Band, alles gut. Also, ich kann mich halt auf jeden Fall die letzten drei Wochen nicht erinnern, dass ich welche geguckt habe. Das sieht schockiert aus. Das war nicht King of Hearts, oder? Was? Majora's Mask. Das ist Majora's Mask, ja. Was war das denn? Von Zelda. Ja, ich wusste doch Zelda. Scheiß. Majora's Mask. Majora's Mask. Ui. Das sieht irgendwie aus... Das sieht aus wie Jason dazu gemixt. Von... Nee, okay. Jason X. Herz mit Augen und Stacheln an der Seite. Spiel. 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 Nein, ich weiß, was gemeint ist. Boah! Rosarotes Herz mit Augen und Hörnern. Eventuell ein Pokémon. Daman, du kennst das nicht? Nee. Boah! Nee. Ich kannte das auch, aber nicht woher. Boah! Voll schön. Siehst du, ich wusste doch keine Schülte. So, Laura, dann warst du aus. Oh, ich hab keine Teich wie die Laura! Japanischer Garten. Hütte, Brücke, Teich. Und als ich das gelesen habe, wusste ich sofort, dass es von Laura ist. Oh, nicht schlechter Versuch. Ja, ja, ja. Doch, aber man erkennt, dass es ums geht. Japanischer Garten mit rosa Baum und rosa Brücke. Oh, ich hab den rosa Brücke direkt ignoriert. Irren, Mann, Junge. Da, Mann. Eigentlich, dich beiß ich auch noch. Er hat genau verstanden. Ich hab den rosa Baum nicht gemacht. Ich hab nur Scheiße gemacht. Das tut mir so leid. Japanische Brücke über einem Bach. Oh, ich find das so gut. Er ist doch durchgegangen. Ja, aber mein Ziel war ja noch mit rosa Baum. Also, war mir hervorgegeben. Das stimmt allerdings. Aber am Anfang hatte ich auch keinen rosa Baum. Die Kirschmüte ist voller Blume. Die vollkommen Kirschmüte ist selten. Ja, wirklich. Ja, das wird sich irgendwie... Die Maus ist voll traurig. Das ist keine Maus. Achso, doch, die Maus. Die kalteste Maus. Ich bin dumm, ich hab den blauen angeguckt. Ich hab den Elefanten angeguckt. Weißt du, Laura sieht ein Bild mit zwei Sachen. Sagt, da ist keine Maus. Weil sie nur ein Ding fokussiert. Das ist ja geil. Das ist ja fucking geil. Die Maus gleich kommt. Die Maus ist aus der Kartoffel. Laura, der Elefant erschreckt sich vor allem. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, ich kann nicht. Blauer Elefant schockiert von grinsenden gelben Geist. Grinsende. Was ist da belegt? Salami. Ah. Familienpizza. Familienpizza. Partyblech mit Erdbeersauce. Was? Warum da was? Mit Erdbeerkäse. Er kennt es nicht. Gute alte Pizza. Weißt du, was rot sein könnte? Erdbeer. Pizza mit Erdbeeren. Ja. 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 Marco. Ja. Wieso? Alles gut? Das war bei dem Bild gesagt. Jetzt kommt Tourtort. Ich möchte mit jemandem verbunden sein. Das könnte aber wahrscheinlich sein. Erdbeer, Pizza mit Käse. Ja. Wuhu. Esst du sowas gerne, Laura? Ich würde sowas essen, ja. Also es sollte der eine Ring werden. Oh. Ja, sorry. Das sieht aus. Das sieht aus wie die eine Torte. Die eine Torte. Ist das der? Ja, aber die Schrift ist sick. Die Schrift ist sick gemacht, muss ich sagen. Es ist der, den ich denke, hat der Ringe mit dem Schrift. Oh Gott, sei Dank. Oh, korrekt. Korrekt. Oh, nice. Das ist auch nice. Ich weiß nicht. Also ich kam mit der Schrift überhaupt nicht. Klar, ich habe die Schrift so verkackt. Oh ja. Ich habe die Außenschrift gemacht. Ich habe die Außenschrift gemacht und dann auf einmal, warte mal, da ist ja in auch noch was. Ja, ja, genau. Das war rabe ich übrigens. Oh, dann habe ich von der falschen Seite angefangen. Das hilft. Gerne los. Da steht, bismillahirrahmanirrahim. Schwarze Zeichen. Ja, schon, keine Ahnung. Ich war froh, dass ich Richt hatte. Gott sei Dank. Boah, ich habe noch so was. Sogar mit Glänzen. Guck mal, sogar glänzt. Ja, Jungs. Scheiß Frick, Alter. Wegen noch Infektion. Nice. Ich finde die Glavur, aber kackt. Ich finde die Glavur, ich kackt. Da fehlt nur aus der Spiegelung von Mordor da drin. Von Golub, ey, so. Mit einem Tool, was schmieren kann, wäre es noch besser geworden. Ja, richtig nice. Das ist doch von South Park der Lehrer, oder? Nee, das ist Löwenzahn. Das ist Löwenzahn, ich wollte gerade sagen, hä? Peter Lustig. Ja. Gott sei Dank. Ich wusste, dass ich es vielleicht wieder nicht kenne. Boah, Junge. Boah, das ist geil. Nicht abgaben, den Scheiß. Ja. Peter Lustig. Löwenzahn. Mit Sonnenbrand. Ah, hier, nur der Löwenzahn, der hat es geschafft. Nur deswegen. Oh, jetzt hätte ich auch zurück. Warte, warte. Was ist mit seiner rechten Hand? Fick dich. Ein böser Schmied, der dir den Mittelfinger zeigt, du Rattest. Du Rattest. Okay. Los geht's. Oh mein Gott. Los geht's. Okay, 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 okay. Ein Pelikan. Ach, scheiße, man sieht ja noch das, was man geschrieben hat. Oh, ich bin die Laura. Scheiße. Aber das wird richtig gut geschrieben sein, Laura, glaub mir. Man wird's lesen können. Das ist wirklich Premium dann. Ja, also im Schreiben bin ich echt. Da bist du wirklich echt. Das hatten wir schon mal. Und wie soll ich das malen? Bei mir auch. Das ist richtig kacke. Danke, Jens. Warten auf den letzten. Danke, Jens. Danke, Jens. Na, ich wollte auch dafür schreiben. Na, ach, kacke. Wie fühlt das andere Wort nicht bei? Das ist echt von dir. Ist es zu mir leid? Ich hatte das letzte. Ist es mir leid? Es geht gar nicht um das, was da steht. Also anders. Ah, also vollkommen egal, was du siehst, Marco. Es ist es nicht. Ja, mach irgendwas anderes, vielleicht hast du recht. Was ist das? 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 Oh, Tiki. Oh, nee. Ist ja ekelhaft. Was ist das? Ich sehe es nicht. Warte. Ich muss so lachen, dass du tut, Marco. Marco, es tut mir leid. Marco, ich lache dich aus. Es tut mir leid. Ich bin mal gespannt auf das eine. Ananas. 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 Wer macht die Ananas? Das ist eine Ananas. Das ist ein schönes Wort, gell? Passt so schön wie Jamaika. Ananas. Jamaika! Football? Jamaika macht das Würstchen. Obst, ich dann tut weh. Obst, Pizza. Obst, Pizza. Ah, ich wusste es. Scheiße. Ja. Wo ist das los? Ich habe die Erdbeere zu spät gesehen. Nee, da ist ein grüner Apfel. Aber das hatte ich, ich habe einen Beweis, ich habe, den Begriff hatte ich schon bei mir stehen auf meinem Zettel. Ich dachte, das wäre so eine Paprika, die das grüne Zeug ist. Ich kann nichts dafür, dass vorher eine Erdbeerpizza kam. So, kann ich nicht. Cool, dass Laura, cool, dass Laura, äh, denkt, dass sie das Doppelte genommen hat. Aber ist okay. Krasse Krüppelpizza. Boah. Krüppelkeile. Sozial. Das war blind. Die sieht dafür ziemlich gut aus. Aber das ist eine Gruppe-Pizza, könnte man sehen. Könnte man so sehen, ja. Guck mal. Guck, der Jens ist nicht so wilderisch. Jens ist nicht so wilderisch, wie ich. Oh, ach du Scheiße. Oh, Tomatensuppe. Alter. Aber mit einer Gabel und mit einem Messer. Ja. Das ist Rührei, Rührei mit Tomate. Alter. Das ist eine Heugabel, kann ich auch mal sagen. OP-Maske. OP-Maske. Ach ja, das wollte ich eigentlich schreiben, aber ich hab noch. Ich hab vorher reingeschissen. Ja, ja. Ja und ja. Ja. Maske. Ja, aber später kommt noch was anderes dazu. Ja. So. Geil, Junge. Gelbe Maske. Ja, das ist eine Maske auf jeden Fall. Ja. Gucken, wie ich's geschafft hab. Oh shit. Ja, wieder zurück. Voll gut. Scheiße. Maske. Oh Mensch. Das ist Corona unter der Maske. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh. Ich seh, wo das hingehen wird. Wo war der Pilz? Wo war der Pilz? Ja, das ist ein Pilz. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich kann auch verstehen, wo es hingeht. Ich kann auch verstehen, wo es hingeht. Atomexplosion. What? Ich kann nicht verstehen. Ah, Jens, voll am eskalieren, ey. Guck dir das mal an. Das ist ein Atom-Pilz. Ja, das ist ein schöner Atom-Pilz. Oh, jetzt weiß ich, was es war. Ich hab keine Ahnung. Geil. Nein, es ist nicht so schön geworden, wie gehofft. Hab ich nicht gesehen. Kennst du sogar ein Pilz sein, auch. Was? Roter Himmel. Himmel. Ich hab's nicht verstanden. Ich war geflascht. Ich hätte eine Blume sein können. Roter Himmel. Das ist eine Blume. Blutgetränk. Was? Ja, aber... Das ist die aserbaidschanische Flagge. Tut mir leid. Ich war... Was? 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 Joa. Das ist ein Hammer. Ach, Joa. 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 Ich hab gedacht, der hat jetzt einfach nur... Joa. Gemutet oder sowas. So ganz komisch. Joa. Jetzt wird sehr viel Französisch gelernt. Joa. 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 Oh Gott, hab ich's hingekriegt. Joa. Ja, okay. Ja, ich wollte eine Pupille machen. Shit. Oh, scheiße. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaub, ich hab den Punkt vertan, wo ich aufgehört hab zu zeichnen. Joa. Ah ne, ich hab sogar geraten und getroffen. Joa. Aber hey, der Rauch ist gar nicht mehr da. Scheiße. Ja. Ja, ist im Rauch verschlossen. Oh, jetzt kommt das Schlimmste. Tiefdruckgebiet und Hochdruckgebiet. Junge. Ah, das ist... Oh mein Gott, das ist das gewesen. Das ist das gewesen. Ich hab gegoogelt, das war das erste Bild. Mir fiel das Wort nicht mehr ein. Ja, Zyklo. Jetzt kommt, warte, warte, warte. Ich wollte aber das... Marco, wirklich? Musste das sein? Ja, was ist das? Kannst du gleich lesen, was das ist. Achso, das ist Demonstrationspädagogik. Achso. Ich bin dann aufzuschreiben. Und das blickt gezeichnet und Kuldus versteht's. Ja. Ich litchi. Ja, ihr versteht euch. Marco, ehrlich. Junge, ey. 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 Junge, ey.